Guten Tag, mein Name ist Harald Zeiss und ich leite den Studiengang International Tourism Studies oder kurz ITS. International Tourism Studies, das klingt doch schon nach der fernen, weiten Welt, oder? Ländermenschenabenteuer. Was müsst ihr machen, damit ihr das studieren könnt? Kommt zu uns nach Werningerode an die Hochschule Harz. Wir werden euch in den ersten zwei Jahren die Grundlagen vermitteln zu Tourismus und zum Management. Dann seid ihr Tourismusmanager und jetzt kommt der internationale Part. Ihr könnt euch aussuchen, an welcher unserer vielen Partnerhochschulen ihr studieren wollt. Denn das Besondere ist, ITS bietet euch gleich zwei Abschlüsse. Einmal den Abschluss der Hochschule Harz und dann auch den Abschluss unserer Partnerhochschule. Und ihr könnt dies entweder in der Sprache Englisch, Französisch oder Spanisch durchführen. Und wir haben Partnerhochschulen auf der ganzen Welt. Hier zum Beispiel in Oregon, in den USA. Oder hier unten in Neuseeland. Und natürlich ein breites Angebot an europäischen Partnern, ob in Spanien, Frankreich, Norwegen, Finnland. Ihr könnt es euch auswählen. Und wenn ihr dann ein Jahr im Ausland gewesen seid, kommt ihr zurück in den Harz und schreibt dort eure Bachelorarbeit. Die Regelstudienzeit beträgt sieben Semester. Und was ist danach? Danach steht euch die Welt offen. Ihr habt die Möglichkeit, bei Reiseveranstaltern zu arbeiten, in der Hotellerie oder vielleicht bei Airlines, in der Kreuzfahrtindustrie oder in einer der vielen Unternehmen, die in der ganzen Welt unsere Gäste empfangen und die ihr managen könnt. Ein wundervolles Angebot, ein spannendes Angebot. Kommt und bewerbt euch. Wir freuen uns auf euch.